Grüß euch Hallo, ich bin der Thomas Sommelier hier im Weingut Groß und ich darf euch heute unsere Fassreserve von der Ried Musberg Souvenir Blanc 2015, Große STK Ried, vorstellen. Fangen wir gleich mit dem Wein an, schon im Glas sieht man diese wunderschöne Viskosität, die Schlierenbildung, wir haben eine sehr schöne Farbe, hier holen wir rein, sehr reichhaltig auch hier der Wein, wir haben von Anfang an eine kreidige Substanz, wir haben etwas Wiesen, Kräuter, deutlich ist auch Lorbeer, ein bisschen Frucht, eine helle Kassier, ist wirklich sehr ausbalanciert, kommt jetzt auch ein bisschen so eine Cantaloupe Melone durch, wahrscheinlich könnte man da jetzt auch 10 Minuten an dem Wein legen und es würden immer wieder neue Aromen hochkommen, kostet man einmal. Der Wein, sehr charmant, baut er sich im Gaumen auf, wirklich gute Länge, bis ganz nach hinten, in jede Ecke kommt er, einen wunderschönen feinkörnigen Grip, wieder dieser leichte Fruchtschmelz, wieder Kräuter, ein bisschen wieder so eine schöne Zitrus, eine Kumquat würde ich das beschreiben, salzig, schöne Textur nochmal, wirklich ein feiner, geradliniger, noch hinten verlaufender Nachhol, schöne Geschichte. Zum Wein, die Fassreserve, das waren einzelne Fässer des Jahres 2015, die bis zwei Jahre der Wein in diesem Fässer verbringen durfte, wurde dann in den Stahltank gezogen und war dort teilweise weitere vier Jahre und wurde heuer 2021 unfiltriert in die Flasche gezogen. Aufgrund des doch sehr großzügigen Ausbaus haben wir einen sehr harmonischen und gleichzeitig druckvollen Wein im Glas, der jetzt wirklich zugänglich ist, aber trotzdem noch eine deutliche Reife vor sich hat. Wie setzt man so einen Wein ein? Einfach mit seinen Lieblingsmenschen, vielleicht so einem guten Essen dazu. Wenn essen, dann vielleicht ein schöner Wolfsbarsch, ein gegrillter Seefisch, ein schönes intensives Curry kann ich mir auch gut dazu vorstellen. Der Wein hat Druck und braucht auch dementsprechend einen schönen Speisenbegleiter. Oder einfach als Solisten würde ich den Wein selbst persönlich empfehlen. Das macht einfach Spaß. Die Riede Nussberg, vielleicht kurz dazu, ist die wichtigste Lage bei uns hier im Haus, im Weingut Groß. Das ist unser Monopol, unsere Hauslage. Unser Weingut ist hier am Nussberg. Das reine Kalkmärgel, etwas Duftstein ist auch am Nussberg. Und einzelne Parzellen, die werden separat in Fässern ausgebaut. Und in diesen Fässern dürft ihr zum Beispiel auch die Fassreserve ausreifen. Lasst es euch schmecken. Ihnen im definitiven Ausschluckerl sehr zum Wohle. Das war's. Die Riede Nussberg Untertitelung des ZDF, 2020